Dann habe ich Thomas natürlich noch mein berühmtes Latten-Jonglieren gezeigt. Atmen nicht vergessen. Man merkt, er trainiert echt viel mit dem Ball, aber so ein bisschen die Muck ist oben rum. Ach komm, ich will dich gleich sehen Thomas. Sei zwar soweit, ich brauche dann schon einen Ball. Hast du? Ja, 1-0. Tor ist Tor.